Hallo, Piet. Hey, Doktor! Wie steht's mit deinen Wahnvorstellungen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen, weißes Riesenkaninchen! Äh, er hat gefragt, nicht ich. Aha, hier. Piet, 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 Piet. Und nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Piet. Piet, ich habe ein Präparat entwickelt, mit dem sich der eigene Körper teleportieren lässt. Fahrzeuge wird ab sofort niemand mehr benutzt. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat für mich probieren, Piet? Okay! Auf diesen Zetteln stehen verschiedene Orte. Du brauchst jetzt nur noch an dieser Orte zu denken und schon bist du dort. Los geht's, Piet. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und Piet, funktioniert das Präparat? Funktioniert und teleportiert, Doktor! Dann kommen wir zum finalen Versuch, Piet. Denk nun an einen besonderen Ort. Denk an einen Ort, egal wie weit weg, egal wie unerreichbar und abwegig erklingen mag. Denk an einen Ort, der sogar nur an deiner Fantasie existieren könnte. Hauptsache, dass du dort und wirklich nur dort von ganzem Herzen für immer sein möchtest. Schön, schön, schön. Were you? Wie geht es? So, hm. Das war'süher, wie großartig ist? Untertitelung des ZDF, 2020